Im Reigeringer Pfarrsaal hat die CSU des Amberger Ortsteils ihr Bockbierfest abgehalten. Neben Bürgermeister Michael Czerny waren auch zahlreiche Stadträte gekommen, um mitzufeiern. Ortsvorsitzender Daniel Müller hatte einiges an Insiderwissen zusammengetragen, um die Barnabas-Rede vorzubereiten. Sepp Vogel aus Köfering mimte dabei den Bruder Barnabas. Heiß her ging es auch beim Singspiel. Hier hatten die Putzen vom OB ihren ersten Auftritt. Und fragen mich die Leute, was hast du denn verbracht? Sag ich, ihr könnt sie sehen, die Spuren meiner Macht ab. Dank der CSU Reigering und der Jungen Union war der Abend im Reigeringer Pfarrsaal sehr gelungen. Fortsetzung folgt sicherlich im kommenden Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.ssystems.fr